So, das wird nochmal von Transformer TV. Heute haben wir den Leo bei uns. Wir machen ein Athleten-Interview-Steckbrief, wie man es so nennen mag. Dann frage ich einfach mal den Leo, Leo, sag ich, du bist jetzt seit wie lange bei mir? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr, sag ich, jetzt hätten wir noch das Nächste. Zum Beispiel, was tut denn der Leo gerne trainieren, was sind seine Lieblingsübungen und was danach dann ganz wichtig ist, sag ich, ist natürlich, sag ich, welche Lieblings-Cheap-Mahlzeiten hast du? Fangen wir jetzt mal mit dem Training an. Also ich trainiere eigentlich sehr gerne Beine. Die sehen zwar nicht so danach aus, aber ich kreieren sie gerne. Doch, eigentlich sind die Beine schon eine Stärke von dir. Doch, 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 doch. Das passt schon. Lieblings-Cheat-Essen? Puh, puh. Schon wieder aus. Ne, läuft hier vorne bei mir. Die läuft ganz normal. Also, wer mal Salami-Pizza mit Tortellini probiert und seitdem mische ich gerne. Das schmeckt so geil. Okay, cool. Cool. Okay. Das schmeckt wirklich gut. Ja, sag ich, was interessiert uns denn noch? Der Leo ist seit einem Jahr da. Sag ich, was hat sich denn, was hat sich denn so geändert, seitdem du da bist? Oder was haben, was, was hat sich denn geändert, seitdem, warst du vorher schon mal bei einem Vorbereiter? Jawohl. Okay. Ich war ja vorher schon bei einem. Da bin ich eigentlich nur fett gewesen, oder geworden, seit ich zugewechselt bin. Okay. Also ein Muskelmasse, habe ich fast gar nicht zugenommen. Okay. Gezielt, ungezielt, also falsch ernährt. Ja. Nach Plan falsch ernährt. Nach Plan, das ist böse. Nach Plan falsch ernährt. Ja. Da ist ja bei mir der Stopfwechsel komplett eingeschlafen. Okay. Es hat ja fast ein Jahr gedauert, bis du es wieder hinbekommen hast. Ja. Und ich muss sagen, seit ich bei dir bin, ich fühle mich viel besser. Toi, 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 haben wir es jetzt endlich im Griff, ja. Muss man sagen, ja. Genau. Toi, 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 ja. Ja, sag ich, was für Ziele hat denn der Leo? Für sich persönlich, sag ich, hast du vielleicht mal das Ziel, irgendwann mal eine Meisterschaft zu machen, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich schon mal auf die Olympia, aber es ist ja nur ein großes Ziel, jetzt vorerst mal die Deutschen, erstmal hinkommen und vielleicht mal ins Finale. Wäre auch okay, dass das Olympia wäre natürlich dann schon etwas schwieriger. Aber Finale Deutsche wird man ja vorerst mal erreichen. Auch das ist mittlerweile heute schon schwer zu erreichen, also das wäre schon wirklich gut, ja. So, ich finde, ein Finale auf einer Deutschen ist heutzutage schon, ja, sag ich, da ist man schon hier im Amateurbereich wirklich weit vorne, ja. Cool. So, ich, was, vielleicht, was interessiert die Leute, ja, sag ich, wie trainierst du, ja, sag ich, hast du, du trainierst ja auch nach Periodisierung, ja. Sag ich, was trainierst du denn am liebsten? Trainierst du gerne Stoffwechsel, trainierst du gerne Hypertrophie, was machst denn du lieber? Am liebsten mache ich Hypertrophie und diesen Spezial-Trainingsplan, den du mal gemacht hast, der war auch sehr gut. Okay. Habe ich auch gerne gemacht. Okay. Essen tust du, wie viele Mahlzeiten hast du am Tag ungefähr? Ich habe jetzt fünf bis sechs Mahlzeiten, je nachdem, welche Schicht ich arbeite. Sorry. Wenn ich mal etwas in die Länge ziehen muss, dann verteile ich mir das Essen auf sechs Mahlzeiten, sonst nicht mal fünf. Okay. Und ich esse jetzt 1,4 Kilo Kartoffeln und ein Kilo Fleisch. Okay. Gut, das hört sich sehr gut an. Das, was könnten wir denn Leo noch fragen? Was hat sich denn durch den Sport bei dir verändert? Ja, das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich habe erst mal gemerkt, was wirkliche Freunde sind und wie viel sich dadurch überhaupt ändert. Und ich bin jetzt viel eiserner und sturer geworden, egal in welcher Lebenslage, selbst durch den Sport. Ich gehe jetzt überall mit dem Kopf durch die Wand, ich will einfach mein Ziel erreichen und das war es. Okay. Cool, cool. Ja, Leo, mir fällt nichts mehr ein. Ich glaube, jetzt haben wir es, ja. Soll ich, dann werden wir zu gegebener Zeit wieder ein Update machen, ja. Soll ich mal schauen, was der Leo erreicht hat in der Zeit? Ja, okay, vielen Dank. Ich danke dir.